Ich möchte nochmal zusammenfassen, was wir jetzt erreicht haben durch die Aufstellung von unseren Forderungen an die Eigengestaltung und der Betrachtung dieser Untersuchungen von dem Herrn Wandmacher, die ja sehr gut dazu passen und vor allen Dingen zu einem schönen Fazit geführt haben. Und dieses Fazit, dieses Ergebnis möchte ich dann auch mal einordnen in unsere Eigenklassen. Und dann gibt es noch ein paar abschließende Bemerkungen zur Eigengestaltung, die es zu machen gilt. Das war ja die Lösung, also die reduzierten Icons, die auf globale Eigenschaften reduzierten Icons, die sich in den globalen Eigenschaften unterscheiden. Und globale Eigenschaften kann man sich so grob überlegen als Hauptform, grobe Form und Lage. Also wir sehen es jetzt hier schön, da sehen wir einen Brief. Der Brief ist sehr einfach dargestellt. Wir sehen einen Telefonhörer, der Telefonhörer ist auch sehr einfach dargestellt. Und wir sehen eine Lupe und auch die Lupe ist sehr einfach dargestellt. Es gibt keine Details. Das ist glücklicherweise ein Design-Trend, den wir heute haben, zumindest bei den Icons innerhalb einer Anwendung. Anwendungs-Icons selber haben leider die Tendenz, sehr detailreich häufig zu sein und häufig sogar auch, sagen wir mal, absichtlich bunt oder so, was Sinn ergibt innerhalb eines App-Stores vielleicht, aber keinen Sinn mehr ergibt, sobald ich die Anwendung bei mir auf der Festplatte gespeichert habe oder in meinem System verfügbar habe. Denn dann brauche ich diese Aufmerksamkeitslenkung nicht mehr. Wie fügen sich diese reduzierten Icons ein in unsere Icon-Klassen? Das sehen wir hier. Ja, was haben wir da? Wir haben immer noch links diese gegenstandslosen Icons, die arbiträren Icons unten links in der Ecke, die konzeptuellen Icons etwas weiter oben. Konzeptuelle Icons haben bereits einen gewissen Hinweischarakter auf das, wofür sie stehen. Nicht so stark, wie die Bild-Icons es haben, aber es gibt doch einen gewissen Hinweischarakter. Auf der anderen Achse haben wir die Bildhaftigkeit. Das heißt, wir hätten jetzt auch hier die arbiträren Icons links. Die sind überhaupt nicht bildhaft, die konzeptuellen Icons auch nicht. Und wir haben rechts bildhafte Icons und da gibt es halt verschiedene von. Es gibt die, die uns interessieren, das sind die oben rechts, die Bild-Icons. Und die haben wir jetzt nochmal ein bisschen weiter auseinander gedröselt. Wir haben da die fotorealistischen Icons ganz rechts. Da sehen wir hier diese Briefmarke, die Diskette und dieser Block, das ist fotorealistisch, extrem detailliert. Kleine Linien auf dem Block zu erkennen, Zacken auf der Briefmarke, Federn kleinsten auszieseliert in dem Adler auf der Briefmarke. Fotorealistische Icons. Und die reduzierten Icons, die gehen in der Bildhaftigkeit ein Stückchen zurück. Aber der Hinweischarakter ist immer noch da, denn die sind bildhaft genug. Diese reduzierten Icons auf globale Eigenschaften, reduzierte Icons, sind bildhaft genug, um diesen Hinweischarakter zu behalten, aber einfach genug, um ja nicht so einen hohen Wahrnehmungsaufwand zu erzeugen. Und genau darin liegt ja dieser Kompromiss, von dem wir gesprochen haben. Und unten diese Icons, die da noch so unten in der Ecke hängen, das sind Icons, die interessieren uns überhaupt nicht. Diese bezuglosen Bild-Icons, also Icons, die ein Bild verwenden, was aber keinerlei konstruktive Kraft hat, also keinerlei Hinweischarakter bietet, sind eigentlich fast mehr ein Ärgernis, sind vielleicht aus Markengründen verständlich, aber darüber hinausgehend dann auch eben nicht. Ja, wenn wir jetzt diese Icons als Klassen haben, dann könnten wir jetzt jedes Icon irgendwie einsortieren in so eine Klasse. Und das tue ich auch mal, indem ich, sagen wir mal, die Entscheidungen, die jeweils dahinter stehen, nochmal herausstelle. Und wir bauen etwas, was Informatiker immer gerne haben, wir bauen einen Baum. Die erste Frage ist, zeigt das Icon ein realweltliches Objekt? Da kann ich jetzt sagen, nein, kein realweltliches Objekt. Dann ist es auf jeden Fall schon mal ein gegenstandsloses Icon. Gegenstandslose Icon eignen sich für komplexe Konzepte und Prozesse. Und sie können sehr einfach sein. In der Regel sind gegenstandslose Icons sehr einfach. Man muss schon wirklich explizit hingehen und ein komplexes Icon gestalten wollen, um dann ein nicht einfaches Icon zu erzeugen. Jetzt können wir bei den gegenstandslosen Icon noch fragen, sind die beliebig austauschbar? Könnte ich das eine mit dem anderen austauschen und könnte sagen, außer Konvention habe ich jetzt hier kein Problem an dieser Stelle? Wenn das der Fall ist, dann haben wir ein rein arbiträres Icon. Da gibt es dann überhaupt keinen Zusammenhang mehr zwischen Konzept und Form. Das ist zum Beispiel bei den Verkehrszeichen so. Das sind rein arbiträre Icon. Das heißt übrigens nicht, dass diese Zeichen willkürlich ausgewählt wurden. Es sind schon Überlegungen dahinter gemacht worden, dass man bestimmte Arten von Schildern eher für das eine und für das andere eher für das andere benutzt. Das ist zum Beispiel, weil bestimmte Formen eher auffallen als andere. Aber das ist für das Zeichen auf der Bedeutungsebene egal. Da sind sie immer noch komplett austauschbar. Sind die nicht komplett austauschbar auf dieser Bedeutungsebene, das heißt, ich kann nicht das eine Zeichen für das andere verwenden und das andere für das eine, dann habe ich es mit einem konzeptuellen Icon zu tun. Da gibt die Form einen Hinweis auf ein gewisses Konzept. Also hier bei diesem Icon zum Beispiel, dass etwas wieder von vorne beginnt oder etwas zurückgeführt wird. Das ist ja in diesem Icon inhärent, egal wofür es denn jetzt stehen wird. Gucken wir uns oben die andere Richtung an. Wir haben ein Icon, das ein realweltliches Objekt zeigt. Die Ja-Richtung. Dann müssen wir uns fragen, hat das dargestellte Objekt irgendetwas mit der Bedeutung des Zeichens zu tun? Wenn das nicht der Fall ist, sind wir in eine Sackgasse gelaufen. Dann haben wir quasi die Niete gezogen. Wir landen bei den bezugslosen Bild-Icons. Hier zum Beispiel all diese Marken-Icons. Also dieser angebissene Apfel, der hat überhaupt nichts mit Computern zu tun. Da machen wir uns mal nichts vor. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, der interessiert uns jetzt nicht in der Ergonomie. Wir interessieren uns also nur für diesen anderen Fall, wenn das der Fall ist. Dann haben wir es mit einem Bild-Icon zu tun. Und dieses Bild-Icon hat natürlich Vorteile. Denn es gibt einen Hinweisreiz, der beim Wiedererkennen hilft. Das kann aber sehr detailreich sein. Das ist ein bisschen der Nachteil. Und da haben wir jetzt noch die Unterscheidung, die wir machen können. Die Unterscheidung ist, beschränkt sich die Darstellung auf die globalen Eigenschaften des Objektes oder sind viele Details zu sehen? Wenn es sich nicht auf die globalen Eigenschaften beschränkt, dann haben wir es mit einem fotorealistischen Icon auf dieser Seite zu tun, wo die Gefahr besteht, dass wir genötigt werden, diese Details alle wahrzunehmen. Wenn wir eine Beschränkung haben auf globale Eigenschaften des Objektes, dann landen wir bei den reduzierten Icons. Und reduzierte Icons sind eigentlich für uns so ein bisschen das Ziel. Das heißt, da möchten wir gerne hin. Diese Art von Icons sollten genutzt werden. Denn sie sind ja immer noch bildhaft genug, um diese Wiedererkennbarkeit zu fördern, aber nicht so detailreich, dass die Wahrnehmung lange dauert. Jetzt kann man sich bei den Icons unten zugegebenermaßen fragen, ob das eigentlich gute Beispiele sind. Also schaut euch mal das reduzierte Icon an. Das hat schon noch relativ viele Details mit diesen drei Strichen da. Und auf der anderen Seite gibt es das fotorealistische Icon, was zwar komplex ist, aber doch relativ schnell auf einen Blick wahrgenommen werden kann. Denn ich muss mir diese Details ja nicht angucken, um zu erkennen, um was es sich hierbei handelt. Das müsste man eigentlich noch mal weiter untersuchen. Trotz all dem sollte die Tendenz in Richtung der reduzierten Icons auf jeden Fall sein. Und das ist auch immer die richtige Antwort, wenn wir fragen, wie sollt ihr Icon gestalten? Also wenn es eine Aufgabe gibt, gestaltet mal Icons für blö, 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 blö. Dann solltet ihr ein reduziertes Icon malen, wenn es geht und ansonsten auf ein konzeptuelles oder arbiträres Icon verweisen. Und dann in der Regel auch immer mitbeschreiben, warum. Denn Designentscheidungen sollten nicht willkürlich sein, sondern sollten begründete Entscheidungen sein. Einige abschließende Hinweise noch mal zur Icon-Gestaltung. Ja, wir sind als Designer mal wieder nicht komplett Herr unserer Mittel, so wie das so häufig ist. Das ganze Icon-Ensemble zu gestalten, ist für uns oft schwer. Und zwar deswegen, weil wir oft mit Signiers und Firmenlogos und sowas zu tun haben, die eine gewisse Eigenart haben, die wir dann trotzdem einbauen müssen. Da können wir nicht viel gegen tun und können höchstens vielleicht mal jemanden darauf hinweisen. Anpassbarkeit kann bei Icons ein großes Problem sein. Also wenn wir den Nutzern ermöglichen, Icons selber anzupassen, dann bieten wir ihnen natürlich auch die Möglichkeit, ablenkende Icons einzubauen, nicht unterscheidbare Icons einzubauen und so weiter und so fort. Wenn ihr Icons sucht für eure Anwendung, die ihr gestaltet, dann sucht in großen Icon-Bibliotheken und die sind teilweise sehr, sehr umfangreich und da wundert man sich, da findet man eigentlich für alles ein Icon. Manchmal muss man mal ein Icon, was eigentlich für das eine gedacht ist und so und so betitelt ist, für was anderes verwenden. Also wenn zum Beispiel eine Lupe da ist und da steht Zoom dran, naja, dann versendet ihr sie halt für die Suche. Das macht ja nichts, funktioniert trotzdem, das geht. Und dann, wenn man da ein bisschen Kreativität walten lässt, dann ist das schon extrem umfangreich. Wenn ihr Icons selber bauen müsst, dann macht es nichts, sondern beschäftigt einen Grafiker, der sich mit sowas auskennt. Meistens sollte das aber gar nicht notwendig sein. Es ist schon wirklich verblüffend, wie viel man in Iconsätzen findet. Vorsicht ist aber geboten, wenn man Iconsätze mischt. Das muss man sich wirklich angucken, ob die Iconsätze das wirklich hergeben, gemischt zu werden. Es gibt teilweise, gerade im Bereich von solchen reduzierten Icons, Iconsätze, die sich ähnlich sind, wo man vielleicht auch mal ein Icon hineinmischen kann aus einem anderen Iconsatz. Es kann auch schnell passieren, dass man dann ein Icon hat da drin, was die Aufmerksamkeit unnötigerweise auf sich zieht oder zumindest für Irritationen sorgt, weil es anders aussieht als die anderen Icons. Wichtig ist, Icons unterliegen dem Urheberrecht, genau wie Schriften. Also nicht einfach in Google eingeben, Icon so und so, dann dieses Icon rausnehmen und verwenden. Das dürft ihr nicht ohne weiteres einfach in eurer Software verwenden, denn es hat jemand ein Urheberrecht auf diesen Bildern. Es gibt aber sehr viele gute, freie Iconquellen, aus denen man sich bedienen kann. Zum Beispiel alles, was mit Linux und so zu tun hat. Also die ganzen KDE-Icon, die Gnome-Icons, die kann man frei verwenden. Und auch die Android-Icons. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Icons in den Bibliotheken für Android, also in dem Material Design von Google. Und diese Icons könnt ihr auch ohne Probleme verwenden. Müsst nur mal einmal in die Lizenz hineingucken und entsprechend eventuell irgendwo einen Hinweis machen, dass es diese Icons sind. Und ihr seht hier zum Beispiel einen Ausschnitt aus diesen Icons. Und da sind ja Icons drin, wie Motorcycle und so. Naja, also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Wenn ihr Icons ausgesucht habt für EUROS-Software, empfiehlt es sich, die Icons mal zu testen mit Nutzern. Und zwar nicht so, dass ihr ihnen die Icons zeigt und sagt, wofür stehen die wohl. Denn das ist ja, das müsstet ihr inzwischen wissen, und ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil ich schon so oft gesagt habe, und trotzdem schreiben es immer wieder Leute in der Klausur, das ist ja Blödsinn. Also es ist nicht möglich, anhand des Icons zu erkennen, wofür das steht. Aber was möglich ist, wenn ihr sagt, ich habe Icons für diese und diese und diese und diese Funktionen, welches Icon ist das denn wohl? Und dann guckt ihr mal, wie lange das dauert oder ob wie viele Fehler die Leute machen. Auch interessant ist es, das dann im eingebauten Programm die Leute mal testen zu lassen. Denn dann kommen häufig, naja, Sachen erst dann raus, dass ein Icon an einer Stelle nicht besonders passt oder missverständlich ist oder sonst wie. Interessant ist das auch im internationalen Zusammenhang, denn durch diese kulturellen Unterschiede kann es mal passieren, dass ihr ein Icon verwendet, was in einem anderen Kulturkreis falsch verstanden wird. Und das sollte euch nicht passieren. Darauf kommen wir aber viel später nochmal zu sprechen. Ja, wir sind immer noch bei diesen Anforderungen hier. Erkennbarkeit, Einfachheit, Unterscheidbarkeit und Ablenkungsfreiheit. Ach nein, Wiedererkennbarkeit auch noch. Also diesen 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hatten wir ja auch noch die Attentionalität, die wir uns bei den Prozessen schon mal frühzeitig rausgenommen haben. Und die würde natürlich auch bei der Icon-Gestaltung so gelten. Also ein Icon so zu gestalten, dass es auffällt, das kann man natürlich auch machen. Dass man dann einfach ein bestimmtes Icon verwendet, was absichtlich rot ist zum Beispiel oder ein größer ist oder eine andere Deckung hat oder sowas. Das kann man natürlich auch hier an dieser Stelle machen. So, dabei soll es jetzt aber nicht bleiben. Denn wir sind jetzt mit dem Thema Aussehen an dieser Stelle tatsächlich fertig. Und nächstes Mal geht es weiter mit der Anordnung. Und bei der Anordnung haben wir weitere Forderungen, die unser Repertoire ergänzen werden. Bis dahin aber viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse dieser Vorlesung. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.